Warum gehen Sie nicht nach Hause und legen sich schlafen? Wir rufen Sie an, wenn er auftaucht. Agenten sind keine Flugzeuge. Sie haben keine Flugpläne. Haben Sie das in der CIA nicht gelernt? Halt! Halt! Steh! Halt! Halt! Sie sehen sich nicht! Ich bin ein Abwehrmann, Chef. Und das möchte ich bleiben. In der Bankabteilung ist nur eine freie Stelle. Ich will nicht an den Schreibtisch, Chef. Entweder ich mache Außendienst oder ich mache ganz Schluss. Verdammt, kein zu einem Außendienst. Wir führen Krieg, um den furchtbaren, großen Krieg zu verhindern. Es war deine Partei, die mit dem Krieg angefangen hat. Sie werden zu Hause gesucht. Es wird nicht gesagt, weshalb. Es wird nur gesagt, dass Sie vermisst werden. Ich werde gejagt von dem Ehrgeiz, eine große Erfindung zu machen. Mein größter Wunsch ist es, Held der Sowjetunion zu werden und den Lenin-Orden zu bekommen. Hans-Dieter Mund, ich habe den Auftrag, Sie zu verhaften. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, gegen die DDR-Spionage getrieben zu haben. Kultus-Dieter Mund, der Kultus-Dieter sehen ist, Held der Sowjetunion zu werden. Schultus-Dieter Mund, der Wochenende zahnt, gegen die DDR-Spionage getrieben ist. Untertitelung des ZDF, 2020